Es ist ein weiteres Kapitel der Kategorie vermeintlich absurder Strafen. Nach 500 Euro, wegen lautem Darmwind, folgt nun die nächste Posse. Sie haben durch folgende Begehungsweise den öffentlichen Anstand verletzt, heißt es in der Strafverfolgung der LPD Wien, die derzeit auf Twitter für reichlich Wirbel sorgt. Fabian Sommerwiller hat den Bescheid gepostet, den ein Freund von ihm erhalten hat, weil er Polizisten geduzt hat. Seitdem wird darüber wie wild diskutiert. 150 Euro sind wegen dieser vermeintlichen Lappalie zu zahlen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Vormittag des 20. Mai. Tatort ist die Maria-Hilfer-Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk. Konkret wird in dem Schreiben mehrfaches lautes Duzen von amtshandelnden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes beanstandet. Auf Twitter debattieren die User nun, inwiefern diese Strafe gerechtfertigt ist. Ganz ehrlich, warum, soll, muss man einen Polizeibeamten mehrmals duzen? Es ist definitiv armselig und respektlos, schreibt einer. Eh, aber muss man finanziell strafen? Drüberstehen hätte auch gereicht, konntet ein anderer. Viele weitere finden die Strafe eher zum Schmunzeln. So wird festgehalten, dass es immerhin billiger sei als ein Euder oder auch Furzen. Zur Erinnerung, im Juni fasst ein Wiener eine 500-Euro-Strafe wegen lauten Darmwind vor einem Polizeibeamten aus. Die Exekutive verteidigt die Strafe damals und spricht von voller Absicht. Untertitelung, im Juni fasstiert die Strafe einer